Bayern mit dem ersten Angriff, Leandro Balmado bringt den Ball runter zu Izibonga und er findet als erstes Vladi Lucic für den Dreier. Er schert seinen Bamberg an eine zweite Chance, wir haben hier nochmal den ersten Left. Gucken wir mal, ah, verpasst hier das Anspiel, in Millisekunden bis dahin, jetzt geht's schnell, ja, sucht's euch aus, Vladi Lucic macht's am Ende. Und hier nochmal das verpasste Anspiel auf Starnic und hier Nimm-Du-Neh-Du auf Bayern-Seite. Am Schrittfehler findet Giffey, der traut sich aber da nicht gegen Uno, stattdessen geht der Ball zu Brankovic und das ist ein ganz feiner Move, wollte der Eikens-Viertels in Bamberger Handlein und hier nochmal. Und Balmado, schön abgelegt und das ist natürlich ein ganz leichtes Finish für Brankovic. Balmado findet keine Anspielstation, das ist jetzt gut verteidigt, Bonga lässt aber jetzt das Starnic stehen und das ist ein ganz toughes End-One. Bedeutet auch Ballbesitz nach dem Foul für die Bayern. Führung jetzt auf 17 Punkte, Harris nimmt Starnic zum Korb, nächstes End-One, jetzt läuft gerade alles gegen Bamberg. Starnic, zwei schnelle Fouls, die zweite Halbzeit. Back-Code-Lance. Antwort, schwieriger Pass auf Harris, äh auf Starnic, entschuldigt, Harris ist dazwischen, Punkte zu halten. Wieder gute Defense von Bonga und er hat natürlich jetzt das Größen-Mismatch gegen Johnson. wird gefoult, der zählt, Easy-Bonga, das ist ein Wahnsinn. Macht er gut hier mit dem langen Schritt, weiß, dass Johnson ihm da nichts entgegensetzen kann, wenn er keine Position hat. Und dann hat er da auch die Körperbeherrschung und gucken wir, wie sie in dieses Viertel reinkommen. Sie versuchen es über das LRU-Bandspiel auf Nelson, das war aber sehr optimistisch. Den ersten erfolgreichen Korb des vierten Viertels einzufügen. Edwards, Pumpfake. Willi Giffey. Nils Giffey für drei. Bamberger Giffey. Edwards, es drittelt sich fest. Katschenkov aus der Ecke. Boah, nächster erfolgreicher Dreier, der ist auch. Und gegen zu scoren, dann war es das hier. Gucken wir mal, ob die Bayern das so souverän zu Ende spielen wie bisher. Ball geht wieder zu Harris und der macht es fantastisch. Lässt zwei Leute aussteigen. Hier nochmal richtig zu zeigen, so, nee, nee, ihr kommt heute hier nicht mehr ran. Harris, der wird sich denken, komm, bisher hat doch alles geklappt. Na, gibt nochmal an Bonga. Auch der zu Korb, toller Ruf. Easy-Bonga. Und muss sich die BWL fürchten. Da kann man sagen, das war hier heute eindrucksvoll. Genau dieses Anspiel auf Wimberg. Die Bayern.